Herzlich Willkommen zu der Sendung so und so. Mein Name ist so und so. Heute Nachmittag machen wir etwa fit für einen Bewerbungsprozess, für eine Fernsehsendung. Ist das spannend, wenn ich Ihnen das erzähle? Das waren etwa die ersten 8 Sekunden von diesem Video. Die ersten 8 Sekunden sind entscheidend bei jedem Online-Video, dass die Leute weiter schauen. Wenn der Anfang nichts ist, dann schauen die Leute nicht weiter. Das zeigen aktuelle Studios im deutschsprachigen Raum. Die ersten 8 Sekunden sind also sehr relevant. Probieren Sie dort die Relevanz von Ihrem Inhalt überzubringen, Persönlichkeit überzubringen und natürlich auch die Preise Unterhaltung. ...